Warum bin ich da gesprungen? Ah! Penis. Penis. Ah. Dick, dick, dick. Habt ihr Bock meine neue Versuche zu bewerben? Ja. Kann nicht. GD. Ne, ne. Wir sind dann das Lassen, auch was bei ihm wieder wichtig ist. Sexy, yeah. Meinung? Sexy, man. Kommt es los. Ja. Warte, tust du noch mal ein Cocktail runter? So, schau. Stabil. Boah. 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 Also ich weiß, es ist halt auf den vorm Gesicht zu verkaufen. Echt? Ne, ist es nice. Ja, kenn ich. Ist nice. Wenn den einer sich mehr überläuft, was weiß ich. Was? Alle Schwarzen hast du diesen Typ. Alle Schwarzen hast du diesen Typ. What the fuck? Absorbiert. Das ganze lichtet. Ja, absolviert. Eingesnockt so. Das Vitamin D gehört mir. Ich will auch was von Vitamin D.